Grüß Gott, Michaela Schrempf von Remax Büro Schlattming. Wir befinden uns heute in Klachau, ein Ortsteil von der Gemeinde Bad Mitterndorf-Taublitz. Zum Verkauf steht dieses Grundstück mit ca. 1.123 m². Das Grundstück verfügt über eine aufrechte Baugenehmigung für ein Einfamilienhaus. Die Bodenplatte wurde bereits errichtet. Für Fragen bzw. Besichtigungstermin ruft mich an oder schreibt mir eine E-Mail. Eure Michaela. Eure Michaela. Eure Michaela. Rehmen.